Immer mehr Altersrentner in Deutschland. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 22.11.2023 hat die Bundesregierung den Rentenversicherungsbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. In diesem Rentenversicherungsbericht stehen auf 111 Seiten mit vielen Grafiken interessante Informationen zum Thema Rente, wie die Entwicklung der Einnahmen sind, Nachhaltigkeitsrücklage, dann natürlich auch die Zahlbeträge der Renten, aber auch ganz wichtig die Rentenzugänge und die Rentenabgänge. Uns und mich interessiert vor allen Dingen mal, wie denn die Rentenzugänge im Jahr 2022 waren und welche Vergleiche ich da schließen kann gegenüber dem Jahr 2020 zum Beispiel. Und da hat der Rentenversicherungsbericht uns eine wirklich wunderbare Grafik hier mal zur Verfügung gestellt. Und zwar haben wir hier die Rentenzugänge, Rentenversicherungsbericht auf Seite 14, Rentenzugänge 2020. Und dort hat man also sozusagen mal Unterschieden zwischen Erwerbsminderungsrenten, Renten wegen Alters und Renten wegen Todes. Und mich interessiert hier dieser Teil der Grafik Renten wegen Alters. Und im Jahr 2020 hatten wir in Summe für Gesamtdeutschland, alte und neue Bundesländer zusammen, 829.047 Altersrenten, die bewilligt worden sind, also neu zugegangene Altersrenten. Im Jahr 2022 ist die Zahl um fast 50.000 gestiegen auf 874.994 Neurenten für das Jahr 2022. Das sind Zahlen, die doch aus meiner Sicht ganz klar zeigen, dass die Zahl der Altersrentner in Deutschland immer mehr zunimmt. Wir haben natürlich hier kleine Unterschiede. Also in den alten Bundesländern waren es 2020 671.000 Rentnerinnen und Rentner, die eine Altersrente bekommen haben. Im Jahr 2022 schon 716.000. Die Zahlen in den neuen Bundesländern sind erstaunlicherweise immer oder fast konstant immer mit 157.000 im Jahr 2020 und dann im Jahr 2022 158.000 und 91 Rentnerinnen und Rentner, die eine Altersrente als Neuzugang bekommen haben. Aber die Tendenz ist eindeutig. Wir haben also in der Summe seit 2020 im Jahr 2022 fast 50.000 Neurentner, die eine Neurentner mehr, die eine Altersrente bekommen haben. Wir liegen jetzt im Jahr 2022 bei 874.994 Neurenten wegen Alters. Und deshalb ist für mich ganz klar die Tendenz, es geht nach oben mit den Altersrenten. Ich vermute, dass hier letzten Endes zum einen die politische Entwicklung eine Rolle spielt, dass die Menschen verunsichert sind, dass sie in Rente gehen wollen, so schnell wie möglich, dass man ihnen also quasi nichts wegnimmt. Und zum anderen auch der demografische Faktor hier eine Rolle spielt, dass die sogenannten Babyboomer jetzt ganz langsam in den Startlöchern stehen und in Richtung Rente marschieren. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich noch für das Jahr 2023, 2024 dann ganz andere Zahlen zu erwarten haben. Da wird es wahrscheinlich dann nochmal deutlich höher gehen. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Statistiken aus dem Rentenversicherungsbericht 2023. Für die Altersrenten gibt es einen deutlichen Schnitt nach oben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017